Unglaublich. Inmitten der fortwährenden Debatten um den Klimawandel und dessen potenziell verheerenden Auswirkungen haben die politischen Vertreter der Grünen in Deutschland ein Verkehrskonzept vorgeschlagen, das einiges an Diskussionsstoff bietet. Es handelt sich hierbei um ein radikales Umdenken in der Verkehrsplanung, das vor allem für Autofahrer von großer Bedeutung sein wird. Im Kern dieser Überlegungen steht die Einführung von sogenannten Umweltspuren, die ausschließlich für Fahrzeuge mit mehreren Insassen oder für emissionsarme Fahrzeuge zugänglich sein sollen. Das Konzept sieht vor, bestehende Straßen so umzugestalten, dass eine der vorhandenen Fahrspuren für den allgemeinen Verkehr gesperrt und stattdessen als Umweltspur ausgewiesen wird. Wer dagegen verstößt und alleine in einem nicht emissionsarmen Fahrzeug auf einer solchen Spur erwischt wird, muss mit einer Strafe von 135 Euro rechnen. Dies soll als Anreiz dienen, das eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken und wenn möglich auf Fahrgemeinschaften oder umweltfreundlichere Verkehrsmittel umzusteigen. Diese radikale Maßnahme hat das klare Ziel, die durchschnittliche Anzahl der Insassen pro Fahrzeug zu erhöhen und damit den Gesamtausstoß an CO2 zu reduzieren. Erste Tests dieser Art werden bereits in Straßburg durchgeführt und könnten bald in Deutschland zur Anwendung kommen. Die Durchsetzung der neuen Regelung soll durch den Einsatz von Radarkameras erfolgen, die in der Lage sind, die Anzahl der Insassen in einem Fahrzeug zu erfassen. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen zu dieser Idee. Einige Experten und Bürger befürchten, dass die Einführung von Umweltspuren zu einem noch stärkeren Verkehrsaufkommen auf den verbleibenden allgemeinen Fahrspuren führen könnte. Dies wiederum würde paradoxerweise zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch und somit zu mehr CO2-Emissionen führen. Tatsächlich wurden ähnliche Versuche in Ländern wie den Niederlanden, Großbritannien und den USA sowie in Deutschland bereits durchgeführt und führten zu längeren Staus, was die Umweltbelastung paradoxerweise erhöht hat, statt sie zu minimieren. Schlussendlich bleibt die Frage offen, wie effektiv solche Maßnahmen wirklich sind, um die Umweltproblematik zu adressieren. Während die Grünen und Klimaaktivisten fieberhaft nach innovativen Lösungen suchen, um die Umweltauswirkungen des Straßenverkehrs zu minimieren, ist die tatsächliche Wirksamkeit und die potenziellen negativen Nebenwirkungen solcher Ansätze noch ungewiss. Doch selbst wenn diese Vorschläge heute kontrovers erscheinen mögen, könnten sie in einigen Jahren durchaus zur gelebten Realität werden.